Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Ja, wir sind immer noch mit diesem Zauber gescheitert, belegt. Das heißt, alle unsere Zauber werden scheitern? Ja, nicht schön. Schnelligkeitsöl. Tod, hast auf alle sprechen. Also müssen wir mal improvisieren. Wie lang hebt das? Eine Stunde. So, das heißt, wir trinken hier mal einen über den Durst. So, Abwehrtrang, Heldentrang, Absorbationszahlen trinkst du auch nicht, oder? Lebenskrafttrang, von mir aus. Männlichkeitsdrang. Unsicherkeitsdrang bringt nichts, schrei mal. Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Irgendwie funktioniert hier gar nichts in diesem Bereich. Au. Okay. Also, den kann ich löschen. Kann man Let's Play wieder laden. Wettrenkel funktionieren auch scheinbar nicht. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum zu kümmern. Yes, Abwehr. Der funktioniert komischerweise, aber der hier? Ach, der hier funktioniert nicht. Okay. Und auch wenn ich zaubern würde, würde das hier nicht funktionieren. Was ist eigentlich mit Priesterzaubern funktionieren hier auch nicht? Ach, mein Sein geht weg. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Yes, richtig. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Der Kampf hier ist ruhig. Ruhigbar. Okay. Ich muss dringend Nera irgendwie schützen. Wie kann ich ihr braucht. Nur zu fragen. Bitte, Refine. I am your. Yes. Wo. Wie ihr wünscht. Warte, die Frage ist, wie funktionieren die Zaunstäbe? Ich bin nicht egal, was Zeit es ist, wo du bist. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Wie kann ich helfen? So wird auch nur Nera angegriffen. Nicht gut. Wir haben hier einen mit fünf Ladungen. Nera kommt mal. Und dann auch noch vergiblich. Hm. Okay, das scheitert innerhalb. Ähm. Ich bringe mal ein Gegengift. Wie erwartet habt ihr eure Macht unter Beweis gestellt worden. Ich habe genug gesehen. Ja. Ich bringe mal noch mehr für Größe, bevor sie weiterzielen können. Okay. Okay. Okay, dann brauchen wir auch einen, ähm, Gegengift für Dawn. Wie kann ich helfen? Yes. Man, was für ein Kampf, ey. Na, kommt da und trinkt ihn auch noch. Gewitterbolzen. Gewitterbolzen. Bolzen plus eins. Gewitterbolzen. Beißender Bolzen. Beißender Pfeil. Beißender Pfeil. Pfeil plus eins. Bei der Durchbohrung. Hm. Streit-Axt. Streit-Axt. Ups. So. Ja. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und... Das war dieser... ...interessante Angriff. Sonst gibt's hier nichts, oder? Sonst gibt's hier nichts, oder? Gut. Wildschweine. Wölfe. Wölfe. Wie ihr wünscht. Lasst uns ordentlich verbrechen. Wölfe, die wieder Hirsche reißen. Ihr braucht nur zu fragen. Wölfe, die wieder Hirsche reißen. Oh. Orochs. Wer der Wuhterfall überwunden ist, erleidet der Charakter 15 Schaden. Mhm. So, Orangelite ist böse. Was mir grad so einfällt, ähm... Auf welchem Level? Na, ich hab immer noch nur... Also 1 bis 15. 15 bis 19 wird's dann erst interessant. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Ach, da sind wieder... Mir ist übrigens eingefallen, sie heißen... Sie heißen Displacer Beasts. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So. Genela und Kimwolder. Hi. Wir sind auf einer Mission. Wir sind auf einer Mission. Wir lieben Mission. Der große Boss Fahrgibber erzählt tolle Geschichten über Helden und Monster. Fahrgibber hat uns losgeschickt, um unsere eigenen Abenteuer zu... Abenteuer zu suchen und unsere eigenen Geschichten zu erzählen. Klemmolder schreibt auf, was geschehen ist und ich male die Bilder. Möchtet ihr eins haben? Klar, ich hätte gern eins, aber Bilder. Hier nehmt dieses Bild von uns beide. Das ist mein Bestes. Jetzt ist es Zeit für weitere Abenteuer. Zieht los. Diese außergewöhnlich gut gezeichnete Skizzeiten, ein Gnoll und ein Kobold, die an der Seite vor einer alten Ruine stehen. Niedlich. Okay, das Porträt können wir nicht in den Schrifträumen hinter. Oh. Bergriesen mal wieder. Das sind garstige Bergriesen. Die geben aber auch wenigstens gute Erfahrungspunkte. Gehellen. Nein. Heilen wir mal. wir sollten beim nächsten kampf allerdings eine verteidigungskoordination zünden das gute ist ja verteidigungskoordination also ja das ist ein größeres gebiet die haben hier auf jeden fall einen pass wahrscheinlich ist das der pass des toten mannes gewacht nein nur einen weg nach oben phasen spinnen hier bedeutet falle irgendwo voraus wie kann ich helfen ihr braucht nur zu fragen ok keine falle bis jetzt worum geht ihr braucht nur zu fragen brücke feind wie kann ich ihr braucht nur zu fragen das war jetzt nicht so gedacht zum glück habe ich ihn quick quicksave gemacht wie kann ihr braucht nur zu fragen worum geht es wie ihr wünscht was ich mal probieren konnte whatever you like whatever you like okay so